Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Joe's Barbershop. Ein kostenloses Game, wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Und wie der Name schon verrät, sind wir ein Barbier oder Friseur oder Hersterlist, wie ihr es auch immer nennen wollt. Auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit. Und wir haben geöffnet. Willkommen! Ähm, du, da ist wer auf dem Stuhl. Genau. Guten Tag, der Herr. Was wollen Sie denn? Oh mein Gott, wie wär's mit... Ach, okay. Ich rasiere ihm mal den Bart. Hm. Magst du das? Gefällt dir das? Ich weiß ja nicht, was er gerne hätte. Will er den Gans abrasiert haben oder... Was will er? Oh Mann, ist die Steuerung gewöhnungsbedürftig? Da, gefällt dir das? Nein, du sollst... Dahin. Moooo. Na, Sir? Haben Sie nichts zu erzählen? Wie wär's mit etwas Smalltalk? Ich mach ihm so einen Backenbart. Mann! So, der Bart, da noch der Schnurrbart, so. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ach, komm schon. Da, ich mach's den Schnurrbart weg. Er kriegt jetzt so einen... Ihr wisst schon. Ein kleines Hitlerbärtchen. Das ist wunderschön, Junge. Da, du bist fertig. Ähm. Performance? Ja, das war doch richtig gut. Das war auch... Das war jetzt besser, als ich dachte eigentlich. Ich weiß ja nicht, was er wollte. Wollte er komplett rasiert werden oder was wollte er? Er ist anscheinend zufrieden damit. Ich bekomme 50 Dollar und ein D für durchdachtes neues Bart-Design. Okay, ähm, was kann ich hier machen? Aha. Ach so, ich kann was Neues kaufen. Basic Large. Clipper. Die sind schon teurer. Capes. Ach, das hab ich oder was? Oder... Ja, ich kauf mal das hier. Ja. Weiter geht's. Du bist doch derselbe. Wie kann ich denn? Ach, da unten kann ich zwischen den Tools wechseln. Ähm. H. Ja. Löööööööööö. Lööööööööööööö. Di betrinkt halt sonst. Ja. Okay. Der Herr. Ich rassiere Ihnen mal den Bart ab, ja? Komplett. Lolläoolä. Lolläollä. Lollä. Jetzt reißt ich jetzt. Da drüben noch. Cuck purp 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 Trip. sieht euch an wie die haare fallen eins nach dem anderen dann da drüben die steuerung ist echt ein horror ich mache den schnurrbart komplett weg braucht er nicht mehr dann da noch da noch mein gott ich kann dreh nach so das macht natürlich die sache nicht unbedingt einfach aber optisch ansprechender so weg mit den ohren braucht man ja nicht so drüben so so dann möchte ich gern den rasierer spürst du das wie meine klinge sanft deine gesichtshaut streichelt ohne rasier schon alles muss man dazu sagen und ohne wasser und ohne erfahrung ist schön dass sie mir so vertraut sorry sir meine klinge war gerade in ihrem kopf kommt nicht mehr vor oder anscheinend doch komm schon tu mir das nicht diese sechs herrchen ach was soll's gefällt ihnen das mögen sie das erzählen sie mir von ihrer frau reden wir ein bisschen über sex das machen ja frisöre ganz gerne oder nicht ich habe keine ahnung oder haben die sex ich weiß es nicht mehr irgendwas mit sex war da da ist doch da die ich die stören mich da jetzt da kommt schon kommt schon da ist irgendwas da ist ein staubkorn kassier ist weg ok fertig und hey das sieht gut aus das ist sogar sehr gut das sind noch herrchen nein ja krönchen ich habe ein krönchen bekommen und und sagen wir dass ich gut bin sagen wir dass ich gut bin komm schon krönchen krönchen ja ein b immerhin ein b plus sogar noch besser ok beards lazy baby the goat ach so den ersten habe ich eh fast richtig gemacht da sieht man ja wie er es rasiert haben möchte das besitze ich ja schon das besitze ich schon ich kann mir nichts leisten man ok hallo er möchte auch das oup kann ich da nicht einfach so doch das geht ok dann weg damit alles weg alles weg 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 drug back weg 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 na so sind sie öfter hier ich glaube fast täglich eigentlich stündlich wie schnell ist ihr Bartogs eigentlich das ist voll unrealistisch Oder das liegt bei denen in der Familie. Komm schon da. Das da. Weg. So. Ich schnitzel mal ein bisschen in ihrem Hals rum, okay? Bloß nicht bewegen. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Ich bin Alkoholiker. Meine Hände zittern. Und ich mache das gerade zum ersten Mal. Das geht jetzt gar nicht so schlecht, habe ich das Gefühl. Das wird jetzt richtig gut. Spürst du es? Spürst du den sanften Stahl in deiner Kopfhaut? So. So. Kann ich deine Augen auch irgendwie schneiden? Komm, stand. Ins Auge. Ins Auge. Oh. Oppala. Sorry. Okay. Fertig. Die Musik ist cool. Erinnert mich so ein Fallout. Was, ich will ein Krönchen, nur weil ich ihm ins Auge geschnitten habe? Mann. Das sieht man ja nicht. Das ist volle Frechheit. So ein Arsch. So ein Arsch. Einmal hin. Aber Minus 10. Ich hasse dich. 10. Okay. Was kann ich jetzt machen? Ich habe wie viel Kohle? 155. Ja. Danke. Neue Frisur. The Goat. Okay. Aber er möchte den Goat. Okay. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich mit dem Rasierer, also mit dem Dings hier arbeiten. Na, Sir. Sie waren ja gerade eben schon hier. Warum haben Sie sich entschlossen, nochmal hierher zu kommen? Ich habe Ihnen das Auge aufgeschnitten. Der Augensaft hat mir den Boden ruiniert. Nur damit Sie es wissen. Sie wollen also den neuen Ziegenbart ausprobieren? Okay. Dann wollen wir mal. So. Da oben wird es weg. Dann da unten auf jeden Fall auch. So. So. Bitte etwas stillhalten hier. Das erfordert höchste Konzentration. So. Da noch ein bisschen weg. Und ich glaube, er ist noch etwas zu breit. So. Und da unten mache ich noch ein bisschen weiter weg. So. 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 Oh. Ähm. Warte. Das kriegen wir noch hin. Keine Panik. Ich werde das noch schön machen. Nein. 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 Ähm. Fertig. Boah. Schön. Oh Mann. Nee. Ich will ein Krönchen. Verdammt. Eine Krone. Das sieht doch gut aus. Mann. Ja. Ist mir jetzt egal. B. Danke. 115. Kann ich mir was Neues kaufen? Nee. Gar nicht. Nee. Okay. Tag. Der Baby. Okay. Ich habe jetzt zwei verschiedene Klinge. Eine kleine und eine große. Ich versuche mich mal so richtig zu beeilen hier. Wenn die Steuerung funktionieren würde. Komm schon. Darm. Ohr. Ohr weg. Ohr weg. So. 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 Alles weg. Nase weg. Nase weg. Augen weg. Ohren weg. Er ist nur noch ein Gesicht. Also Gesichtshaut. Herr Gesichtshaut. Ich sorge dafür, dass sie babyglatt sind. Baby glatt. Wenn der Bart nicht so unfassig wäre. So. Mann. Die Steuerung ist echt ein Horror. So. So. Und hier ist unsere curly-headed Song, Sir. Es ist Cheerful Charlie Fisher. Hallo Charlie Fisher. Danke. So. Wir sind eigentlich fertig. Kann ich dir eigentlich das Hemd aufschneiden? Ich glaube nicht. Okay. Das war jetzt aber gut. Komm schon. Das war richtig, richtig gut. Ich war schnell. Ich war sauber. Ich war vorsichtig. Komm schon. Warum nicht? Warum nicht? Warum kriege ich keine Krone? Warum? Das war doch gut. Ich verstehe es nicht. Woran scheitert es gerade, dass ich... Oder muss ich am Nacken noch irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung. C. Ja, ja. Passt schon. Ich habe 190. Ist mir egal. Was möchtest du haben? Wieder der Baby. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Und jetzt noch schneller. Noch viel schneller. Komm schon. Ich finde, der Song passt gerade zu der Frisur. Ist das Absicht? Ich habe keine Ahnung. Also Frisur. Dem Bart. Der bald nicht nur da ist. So. So. Mann. Meine Klinge verschwindet immer in seinem Schädel. Das ist voll unangestreckend. Komm. Komm schon. Ich will ja auch nur den Kopf. Also die. Das Kind rasieren. Ich hasse Haare. Oh, was habe ich jetzt weggeschnitten? Da war noch irgendwas. Keine Ahnung. Das weg. Komm schon. Und. Komm schon. So. Ist da noch irgendwo was, was ich gerade übersehe? Ich schaue nochmal. So. Ich fahre nochmal mit der Klinge überall drüber. Ja. Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Ne. Das sieht gut aus. Die Nasenhaare vielleicht. Oh. Sorry. Sorry. Da. Was? Warum? Warum? Das war voll sauber. Das war richtig gut. Aha. Danke. Ich hasse. Diesen Job. Ich war jetzt mal auf das hier. 235. Okay. Was möchtest du? Schon wieder der Baby. Was ist mit euch los? La 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 la. Komm schon. Beihilung. 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 Schnell. 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 Da. Weg. Weg. Da. Weg damit. Weg. Weg. Da, weg. Da, tschim, 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 tschim. Ich muss schneller werden. Nium. Mann, echt. Ich sollte nicht Friseur werden, wenn ich epileptische Anfälle habe. Das ist ein ganz schlechter Berufswunsch. Ja, ja, Sir. Sie sind öfter hier, wie ich sehe. Darf ich Sie du nennen? Nein, ich bin... Ach so, der heißt Philipp Clark. Der heißt anders als der andere. Aber die sehen doch alle gleich aus. Mann. Komm schon. Da unten ist noch ein Stück. Das muss ich dann auch noch holen. Komm schon, weg damit. Und da unten. Komm schon. Ja. Und finish. Finish. Bist du glücklich? Ich hoffe, du bist glücklich. Sei glücklich. Was? Das sind Arschlochkunden. Ich hasse alle. Mann. 340. Jetzt kann ich mir, glaube ich, den hier leisten. Ja. Yes. Okay. Jetzt möchte er aber den Lazy, Mann. Okay. Da. So. Einfach mal alles wegrasieren hier. So schnell ich kann. Schneller, 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 schneller. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. So. Da noch. Da. Da drüben ist noch was. Da. Und da oben. So ist es brav. Und das sieht voll hässlich aus. Das muss man auch noch weg tun. So. Und fertig. Check. Wie war das? Du bist eine Drecksau. Ich hasse dich. Was? The sideburns? Okay. Dann heißt das mal Bart weg. So. Bart weg. So. So. Und den Rest mit der Maschine. Okay. La 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 la. Schnell, schnell, schnell. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen weiter nach unten rasieren. Der darf nicht so weit ins Gesicht drauf ragen. Aber was soll's. Er muss mir vertrauen. Ich bin hier der Experte. Ich lese die Zeitschrift. Haare heute. Ja, Sir, das ist der neueste Schrei hier. Wortwörtlich. Die Leute schreien immer, wenn sie hier sind. Weil ich ihnen alles wegschneide. Alles. Auch Problemzone. Und ihr Gesicht ist eine Problemzone. Das muss mal einfach offen gesagt werden. So. Wir sind gleich fertig, Sir. So. La 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 la. Okay. Und da und noch. Da und noch. Komm schon. Das reicht. Das ist so schön. Was? Was? Die verarschen mich doch alle hier. Ich brauch nicht den Rassierer. Ich brauch den hier. Na la 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 la. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich so schlechte Belotungen kriege. Komm schon. Diesmal mache ich es richtig. Das alles muss hier weg. Das alles muss hier weg. Das muss hier weg. Das muss weg. Das braucht kein Mensch. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber es ist kein Weg. So, da, 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 da. Das ist richtig professionell gerade, was ich hier mache. Na, Sir, spüren Sie das? Ich glaube nicht. Ich habe Sie nämlich betäubt. Haha, Sie können sich nicht bewegen. Das ist ein Nervengift, ein sehr starkes. So, jetzt rassiere ich Sie und dann esse ich Sie. Bei lebendigem Leib. Ich hoffe, Sie freuen sich etwas. So, und jetzt vorsichtig. Das muss jetzt richtig hübsch werden hier. So, nach oben. So, 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 und jetzt nach oben hin. Und auf der anderen Seite noch. Und, nein, komm schon. Nochmal, das ist nicht alles erwischt. Da noch etwas begradigen. Nein, okay. Das sieht, das sieht doch nicht so schlecht aus hier. Das ist fertig. Und? Ein B, immerhin. Ich freue mich. Okay. Was willst du? Bäh. Äh, ich meine, hey, Sir. Klar, mache ich Ihnen. Ich rassiere Sie mal da ein bisschen. Das brauchen Sie nicht mehr. Weg damit. Weg damit. Weg, 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 weg. Und weg, und weg. Und das da. Der Schnurbert bleibt. Und er möchte da unten auch so einen hässlichen, ähm, Bartdut haben. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, das weg, 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 weg. das ist voll schön da und 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 ein c plus immerhin selber schuld das ist so toll das wird aber ich nicht besser ja freunde wenn ihr das spiel selber probieren möchtet wie gesagt das spiel ist kostenlos ihr könnt den download klick unten in der video beschreibung finden und ihr könnt dann so richtig gas geben es ist so spaßig ich wünsche auf jeden fall viel spaß dabei wenn es selber probiert ansonsten sieht man sich in einem anderen video mein name ist tako danke fürs zusehen macht's gut